So, und das ist er. Der Moment Stress, den wir live aufs Bierfeld schalten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du hast jetzt die grosse Ehre, um unseren Countdown zu starten und rauszuschalten zu Nicole Bühler. Welcher Knopf? Ich sage diesen Knopf. Okay. Ready? Okay. Jetzt? Jetzt. Ähhhhhhhhh! Juhu! 4, 3, 2, 1. Danke Stress und guten Morgen Argovia Land live vom Bierfeld. Puh, und ich wünschte mir, ihr könnt jetzt diese Aussicht jetzt gerade sehen aus unserem erhöhten Studio-Container live vom Feld. Ganz gross. Wirklich ganz gross. Das Festgelenk nimmt immer mehr Form an. Und wir sind voller Vorfreude. Sonne scheint, das ist perfekt. Noch einen Tag. Und dann geht's los mit dem Argovia-Fest vom Feld für euch. Heute hier Nicole Bühler, Ramona Gier und Manuel Welti.